michael bist du bereit wir nähern uns dem kometen der schmuggler bin bereit es kann losgehen jetzt bin bereit wir sind da die schmugglerbasis ist nicht weit von hier nähere mich zielort sie müssen ziemlich verwegen sein wenn sie sich eine basis auf einem kometen errichten oder nicht ganz bei trost nun niemandem ist es bisher gelungen sie dort zu finden und es gibt viele nach ihnen suchen das muss ich hinlassen es mangel die nicht an fantasie und sie haben schneid sind sie sicher dass sie mit dem cs-equipment handeln sonst wären wir nicht hier ich habe auch schon sachen bei ihnen gekauft zum beispiel wurde fertig geschehen dass ihr mich auf dem marz erleichtert habt wir sind nach vorne schauen bereit für anleitung sie haben ganz recht wir haben eine mission zu erfüllen jetzt zum geschäft diese menschen sind nicht gerade zart beseitigt das werden sie gleich sehen gut ich sehe feindliche gebäude wir bauen eine basis ja dann besuchen wir die körper bin fast schon dort bringen wir es hinter uns Bereit für Anweisung. Jawohl. Gebäude fertiggestellt. Unabhängige Unterstützungseinheit, Rob M60. Melde mich zum Einsatz. Einsatzgebiete, Eliminierung von Gegnern, Übernahme von Fahrzeugen, Support zum Gefecht. Ja? Bereit? Gebäude wurde fertiggestellt. Bereit für Anweisung. Ja? 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 Ich greife an! Mitverklüsen! Feuer! Ja? Brot! Verabschiedungsmenschutz! Gebäude fertiggestellt! bereit für anweisungen ja gebäude fertiggestellt ja Gebäude wurde fertiggestellt. Ich höre. Gebäude fertiggestellt. Voll zerstört. Jetzt haben wir die Auflöcher hier drin. Ich bin sicher, ich kann mich dann darüber hinauscyclieren. Ich kann mich jetzt im Zärtung gekopfen. Was höh? Ich mache diese Auflöcher. Was lieben Sie, das? Ich habe zu sehen, nicht überstehbar. Das hätte ich nicht. Ich bin bereit. Gut. Gebäude fertiggestellt. Ja? 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 Ich bin fast schon dort. Ja, gut. Wir haben einen Haufen inaktiver Kampfproben lokalisiert. Kein Anzeichen irgendeiner Aktivität. Sieht nach einer Lieferung aus, dass wir den Transport bereit gemacht wurden. Alles was wir tun müssen, ist die Lieferung zu übernehmen und auch unser Schiff zu machen. Feine Sache. Es sollte mir nicht schwerfallen, sie zu aktivieren. Araya, kann ich mir die Toureden mal ansehen und ein bisschen in ihren Streitkreisen herumschrauben? Ja, wie nur. Aber sinnvoll sein. Araya, ich bin hier bei den Robotern und fange an, in ihren Programmdaten herumzufummeln. Es wird nicht lange dauern. Bitte sorg für Deckung. Laserzaun fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Laserzaun unter Beschuss. Laserzaun unter Beschuss. Ich bin bereit für Anweisen. Und jetzt bin ich bereit für Anweisen. Ich bin bereit für Anweisen. Das Gebäude wurde fertiggestellt. Nähere mich Zielort. Das Gebäude wurde fertiggestellt. Ich habe die Roboter geklappt. Das war ein Kinderspiel. Du meinst, diese Droiden hören jetzt auf dein Kommando? Klar, das wird sicher gut klappen. Gut gemacht, Lynn. Ach, das war nicht schwer. Die Sicherheitsroutinen dieser laufenden Toaster standen noch aus der Steinzeit. Ich bin sicher, dass man sie sogar auf kurze Distanzen über Radiosignale umprogrammieren könnte. Wenn es so einfach ist, dann könntest du ein paar meiner Leute zeigen, wie es geht. Das könnte sich nicht im Einzelnen reisen. Klar, mach ich. Ich gehe wieder an Bord und fange mit dem Training an. Ich sage dir Bescheid, wenn die Mädels so weit sind. Die Forschung ist abgeschlossen. Ich bin fast schon dort. Ich bin fast schon da. Gebäude wurde fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Ich höre. 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 Ich höre.